Kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH Comedy Redaktion. Boris, warte mal kurz. Die Sabine Schneider hat gerade angerufen. Die braucht noch einen Gag zum Thema Kochen. Die Restaurants haben ja alle noch zu. Ja, da kommt sie wieder früh. Ja, habe ich auch gesagt. Aber ich glaube, ich habe schon einen. Nein, was ich ja gar nicht mag, wenn ich eine Frau zum Essen zu mir nach Hause einlade und es stellt sich raus, die kann gar nicht kochen. Wow, der ist ja mal stark. Ja, aber ich hätte auch noch was im Angebot. Ich habe meiner Frau versucht, weiß zu machen, dass ich heute mal vegan koche. Aber sie hat den Braten sofort gerochen. Puh, der ist aber gut. Ja. Oder wir machen es so, das Einzige, was ich kochen kann, ist Tee. Aber mal unter uns. Wie viel Magie nimmst denn du da immer? Ich würde sagen, der ist es. Ja, komm. Hochschicken, Schluss mit lustig. Genau. Händlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy-Kenner. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH. Nicht tud tut. wichtiger Punkt. B Ich hatte das jedenfalls ein Kind. Ich hatte das jedenfalls von hierherz váíciaala. Ich hatte das jedenfalls einen Partner. Ich hatte das jedenfalls ihrenAK달� Sidpl оф.